Media Magic Close-Up Da bin ich. Guten Abend. Wir brauchen hier so eine Tennisballverpackung. Die ist für einen Tennisball gemacht. Tennis für unterwegs. Drücken und das dann verschieben. Zum Beispiel hier in die Ecke. Das ist der Hammer, oder? Ich wische es dir wieder dahin, wo es vorher war. Und du kannst dir selber überlegen, wo es vorher war. Tja, das ist gut. Eins, zwei, drei. So raus. Wenn ich mit der Hand so mache, dann kommt die. Ja, super. Einfach mit der. Oh. Ich glaube, sie möchte zu dir, ja? Sie ist dein Haustich. Lagerfeuer-App. Da kann man sich selber Lagerfeuer basteln. Das Schöne ist, es funktioniert wirklich wie echtes Feuer. Das heißt, wenn es draußen kalt ist, einfach in die Jacke stecken. Es wärmt von innen. Gerade wenn es draußen mal irgendwie kälter ist oder so. Oh. Ich glaube, ich gehe mal die App abdaten. Danke, tschüss. Ja, war klasse. Ich bin begeistert. War beeindruckend. Arrekt. Hier Знаht sich die Einstiegsrechergrowth auf del round. Ja. Wallach. Vielen Dank.